Hi Leute, cool dass ihr wieder am Start seid. Heute in diesem Video seht ihr das erste Resultat von mir, bei dem ich versucht habe etwas mit einem 3D-Stift zu machen. Den habe ich vor ein paar Tagen bekommen. Ich hatte noch ein Stück altes Holz übrig von einem Experiment. Das habe ich mit Epoxyhaz verbunden und darauf habe ich ein kleines Häuschen gebaut. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Lasst mir ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.